In diesem Video möchten wir dir unser umweltbewusstes Konzept von Juicebox näher bringen. Warum wir bei Juicebox das machen, was wir machen. Wir sind uns bewusst, dass Plastikmüll ein großes Problem für unsere Umwelt darstellt. Ohne es wirklich zu bemerken, verwenden wir im Alltag viel mehr Plastik als nötig wäre. Vor allem bei Getränken aus Plastikflaschen. Jeder kennt es, man möchte ab und an einen leckeren Drink als Abwechslung zu Wasser. Und dafür schlägt man regelmäßig Plastikflaschen vom Supermarkt nach Hause. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, unsere Produkte in umweltfreundlichen 2-Liter-Boxen mit einem 90% geringeren CO2-Fußabdruck anzubieten. Made in Austria, genauer gesagt in Graz. Die Regular Box spendet Sirup für ganze 22 Liter Fertiggetränk und die Lightbox sogar 50 Liter. Außerdem spart man sich durch den Versand viele Wegstrecken und verringert seinen CO2-Fußabdruck. So hat man immer etwas Leckeres für Freunde und Familie zu Hause. Und das mit mehr Nachhaltigkeit und viel weniger Schlepperei. Für jeden, der gerne mit einem Strohhalm trinkt, bieten wir umweltfreundliche Alternativen an. Wir sagen nein zu Einwegstrohhalmen aus Plastik und bieten daher Glasgankhalme an. Zudem gibt es noch Rezept-E-Books und vieles weitere. Dazu gibt es aber ein eigenes Video. Wir bei Juicebox sind stolz darauf, sagen zu können mit über 140.000 Kronen ganze 350.000 Tonnen CO2 und Plastik eingespart zu haben. Unser Ziel ist es, unsere Produkte so nachhaltig wie möglich zu gestalten und trotzdem herausragenden Geschmack zu liefern. Plastik reduzieren kann einfach und lecker sein. Wenn du mehr über unser Produkt-Sortiment erfahren möchtest oder wie man ganz einfach bestellt, hast du jetzt die Möglichkeit, weitere Videos anzusehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und für deine Unterstützung.